Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur Hecke. Letzte Folge sind wir im Teichlabor gewesen. Und mal gucken, wie schnell wir bei der Hecke durchkommen. Sollte recht einfach und schnell funktionieren, weil es ist auch noch nicht so heftig. Schwer wird es dann mit dem Assistant Manager. Der könnte so ein bisschen mehr Probleme verursachen. Aber das kriegen wir auch alles noch an. Guckt euch mal die kleine Milbe an, die normal mit 1 bis 2 Schlägen eigentlich weg ist. Die könnte uns ohne Probleme platt machen, das Muskie. Aber, oh, hat kein Amulett für uns. Wäre ja mal zu schön gewesen. Na, egal. So, dann ab zur Hecke. Ja, die Forschungsstation, ja, das ist die unten bei den Larven in der Höhle. Müssen wir auch irgendwann noch hin. Kriegen wir alles noch irgendwann hin. Aber ansonsten einmal ab zur Hecke. So, dann werden wir dann später eh nochmal hin müssen, weil wir brauchen ja noch die Mutterspinne. Bin ich auch mal gespannt, wie viel das jetzt in der ersten Dimension direkt macht. Ich überlege, das ist bei mir jetzt auch schon lange her, wo ich in die erste Dimension geswitcht bin. Ja, mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, ich soll doch bitte mal zeigen, wie mir die infizierte Brutmutter auf Dimension 10 macht. Das werde ich nicht zeigen, weil ich werde sie auf Dimension 10 nicht machen, weil die da unnütz ist. Also, die braucht kein Mensch mehr auf der Dimension. Also, das Letzte, was man benötigt, ist die Dimension 4, um nochmal die Waffen von ihr zu bekommen. Aber Dimension 10 mache ich die nicht. Also, ihr dürft sie gerne machen. Und, äh, ja. Viel Spaß dabei. Ist euch überlassen. Aber da werde ich kein Tutorial machen, wie mir die im... Die macht keiner mehr in der 10. Jo, ich sollte hier oben mal die Busteblume ausrüsten. Das hätte jetzt wieder schief gehen können. Aber ich glaube, da oben liegt nichts. Kein Zahn und nichts diesmal, ne? Hätte mir schon angezeigt bekommen. Okay, dann rushen wir hier mal ganz schnell durch. Ne, hier sind Punkte. Die brauchen wir nicht. Gehen wir da erstmal rein. Zack. Und zack. Robby, es kommt her. Ah, warte mal. Da brauchen wir wieder die Kaugummi. In der Hoffnung, dass wir von denen nämlich das Amulett bekommen. Bekommen wir aber nicht. Weil die verlieren ja... Ein ganz, 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 ganz... Ich komme noch nicht mal auf den Namen von dem Amulett. Aber ein ganz seltenes Amulett. Das ist diese Sicherung. Die ihr auch beim großen Skepp einlegt. Die gibt es nochmal als Amulett. Aber das ist so das seltenste Artefakt. Was es überhaupt gibt hier im Spiel. Warum kann ich den nicht aktivieren? Ach, die Radarstationen bleiben ja aktiviert. Okay, hätte ja sein können. Gut. Also sind wir hier acht durch. Und, ja, Punkte wollen wir keine. Kriegen wir hier mehr wie genug. Also Punkte ist hier echt überhaupt kein Problem mehr. Ja, jetzt muss ich wieder die Pusteblume ausrüsten. Nein, nicht darunter. Jetzt müssen wir das mal ändern. Kaugummi und Pusteblume. Dann können wir nämlich jetzt, zack, der Kaugummi mal wieder ausrüsten. Müsste funktioniert haben, ja. Und halt wieder alles looten, mal was trinken. Wieder so blöde Kringel. Ach komm, Spindchen. Lass mich in Ruhe. Außer du bist lila. Ne, bist du nicht. Also, hau ab. So schnell sind sie weg. Und es macht halt Sinn, wirklich die lilanen Tiere zu jagen, weil die halt viel mehr bringen. Wie gesagt, ihr kriegt Punkte dafür. Ihr findet die Amulette dafür. Ähm. Aber hier ist auch nichts lila. Lassen wir sie in Ruhe. Müssen wir ja nicht alles töten. Na, keine Spinnchen heute da. Was ist los hier? Dann halt nicht. Rennt ihr draußen rum, ha? Zumindest höre ich eine, wie sie hier irgendwo rumwandert. Hier ist irgendwo noch ein Skepp. Der könnte unten liegen. Den müssten wir dann auch irgendwann mal sammeln. Und hier ist ein Zahn. Der könnte auch unten liegen. Und da ist ein Punkt. Der könnte da vorne sein. Oder so ähnlich. Hm. Ist doch nix. Ja, dann drückt man da drückt rum. Das Vorteil ist halt, wenn man es schon so oft gespielt hat, wie ich das jetzt mittlerweile äh, schon gezockt hab und durchgespielt hab. Man kennt halt alles ausländisch. Man weiß genau, wo man hin muss. Man muss nicht mehr suchen. Man rennt eigentlich nur noch durch, macht Blatt. Wenn man es Blatt kriegt. Ähm. Da müssen wir einmal dran, dass sie aktiviert ist. Alles mitnehmen hier. Hinterlassen den Viechern hier überhaupt nix. Haben sie nicht verdient, die Mistviecher. Hier ist schon mal keine Spinne drin. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir mal die hier. Bämst. Und einmal rüber. Und dann nehmen wir die hier. Ach, da unten kämpfen sie mit dem Robo. Macht mir die Robos nicht alle platt. Ich brauch das Amulett von denen. Wär ja mal cool, wenn ich es erreichen würde. Weil das Amulett hab ich noch nie bekommen. Muss ich echt so sagen. Ich weiß, dass es existiert. Aber es ist halt das seltenste Mittel überhaupt hier im Spiel. Oder das seltenste Amulett hier im Spiel. Wär ja mal schön, wenn man es kriegen könnte. Da ist ein Punkt. Gut, da müssen wir oben drauf laufe. Okay. Dann gehen wir erst mal da rüber. Mehr. Ja, vielleicht macht es auch mehr Sinn, mit einer anderen Waffe drauf zu gehen. Damit die einfach, äh... Damit die Chance besteht, mehr rauszuholen. Weißt du, wenn ich 20 Mal mit der Waffe draufkloppe, ist eher die Chance, dass ich von denen was bekomme. Anstatt wenn ich nur mit einem Schlag drauf haue. Wo mir... Der eine Schlag halt viel lieber ist, weil, äh, ne? Easy going. So, dann haben wir es doch hier auch gleich. Die können ruhig mit einem Schlag... Lass mir die Robos leben. Ich brauch die. Aber nix. Nix gekriegt. Ja, haben wir noch ne lila, ne kleine. Aber die kann er zaubern. Oh. Eigentlich nicht. Oben steht nix dabei. Ah, 3000 Punkte, immerhin. Hier liegt auch irgendwo wieder ein Skepp. Und wir haben die goldene Radnetze. Sehr gut. Dann... Leder. Oh. Den nehmen wir natürlich auch mit. Samtmüll haben wir auch. Läuft doch die ganze Geschichte. Den nehmen wir auch gleich mit. Hier ist noch ein Skepp. Entweder oben drauf oder unten drunter. Interessant. Jetzt bilden wir uns noch ein Codeschnipsel. Ein Passwortschnipsel. Ah, hier nehmen wir die natürlich mit. Ah, die Fäden könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Dann müssen wir sie nicht herstellen. Ansonsten... Saft nehmen wir noch mit. Und über uns ist ein Punkt. Jetzt brauchen wir aber die Pusty. Weil wir wollen ja hier rein. Nehmen wir uns den hier noch mit. Zack. Dann sind wir ja schon wieder mit dem Heckelabor durch. Jetzt könnten wir nochmal gucken, dass wir nach oben kommen. Sobald wir hier die Tür offen haben, dass man oben nochmal die Punkte abfarmt. Und dann gehen wir runter und gucken nochmal, dass wir den einen oder anderen Skepp noch finden. Nehmen wir alles mit. Zack. Chip haben wir auch wieder erledigt. Sehr geil. So. Das heißt, wir hatten gesagt, wir gehen jetzt erstmal oben drauf. Ja, hier den Mutterspinnengedöns-Rezept haben wir ja. Das heißt, da müssen wir nicht nochmal hin. Ah, wir müssen doch nochmal hin, weil es könnte vielleicht ja ein Zahn da irgendwo sein. Aber ich glaub's nicht. Würden wir jetzt schon sehen. Die nächste Frage ist, ist überhaupt irgendwas jetzt da oben drin? Ich will hier nicht runterfallen. Ich hasse diese Kuppel. Wobei hier ein Gebäude dran gebaut. Ey, wäre auch so geil. Hat man hier so seine Aussichtsplattform über den ganzen Garten. Das würde mich mal interessieren. Kann man hier... Kann man hier irgendwas andocken? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil von hier ist halt auch geil. Da hat man Übersicht über den ganzen Garten. Wenn man hier so ein Hütchen dran bauen könnte, müssen wir mal gucken. Aber das wird nicht gehen. Das ist... Na, guck mal. Das ist schon rot. Ey, das wäre so geil. Stellt euch mal vor, wenn man hier was dran klippen könnte. Hier, zack. Boden dran. Hier, schön passend. Und dann hier die Base dran. Das wäre schon geil. Aber wir können doch gerade, wenn wir eh hier gerade stehen, mal kurz darüber fladdern. Und uns das hier mal angucken. Ach, guckt mal an. Da liegt ein Zahn. Da müssen wir auch schauen, wo der nächste ist. Weil ich habe mir überlegt, vielleicht wirklich hier mal die Base zu bauen. Das wäre mal ein ganz neuer Ort hier oben auf dem Stein vielleicht oben drauf. Das sind zwar die Blätter im Weg, aber da können wir ein bisschen höher bauen. Und von hier aus kann man rein theoretisch mit den Teleportern sowieso und mit den Seilbahnen könnte man zum Beispiel sagen, man macht sich einen Seilbahnpunkt hier an die Eiche. Wo man von hier zur Eiche kommt, wo eine Eiche dann überall hin kann. Ich denke mal, der Platz wäre schon ganz geil. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Aber ich würde halt ganz gern auch mal was anderes machen. Und nicht immer am Teich und immer so das gleiche Bauen ist auch langweilig. Und das wäre halt mal ein Ort, da war ich noch nie zum Thema Bauen. Also das könnte schon eine geile Sache werden. So, wir gehen jetzt erstmal hier auf das Röhrengedöns hier drauf. Und gucken mal... Oh, ne lilaner sogar. Gucken mal, was die Kleine aushält, ey. Aber lieber kommen mir die kleinen Viecher gerade noch entgegen in lila. Anstatt in lila eine Wolfsspinne oder so. Wohl die halt auch schon gut Schaden machen hier, ne? So, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo der Punkt oben drauf war. Oh, da oben. Okay. Komme ich da? Ja. Und der Skepp müsste unten liegen. Den haben wir unten irgendwo liegen gelassen. Wahrscheinlich beim letzten Mal. Ja, das kriegen wir ja auch gleich hin. Dann doppeln wir alles mal ab da unten. So, also hier hatte man erkundschaftet. Ist meiner Meinung nach als Base eine ganz geile Sache. Hier kriege ich noch einen Punkt angezeigt. Frage ist nur... Ah, okay. Ich habe ihn gesehen. Haben wir auch. Ansonsten müssten wir hier soweit... Hier wird mir ein Skepp angezeigt. Der müsste... Über uns ist er, glaube ich, nicht. Der müsste unter uns sein. Da, wo der Pfeil liegt irgendwo. Ne, der ist oben. Okay. Müssten wir doch nochmal hoch. Einfach nur, um mal zu gucken, wo der blöde Skepp ist. I can't move. Bla, 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 bla. Ja, ja. Du mich auch. Müssten wir vielleicht doch nochmal nach oben. Hier wird mir ein Punkt angezeigt. Ja, wie gesagt, der Skepp würde mich halt mal interessieren, wo der jetzt liegt. Das ist irgendeiner, den wir hier oben wahrscheinlich übersehen haben. Was mache ich hier eigentlich? Ich muss von der Seite da hoch. Ach, komm her, du blöd. Muck, du. Das ist nur die Frage, wo ist der Skepp? Meistens sieht man den so schön leuchten. Na ja, gut. Wir versuchen nochmal da irgendwie hochzukommen. So. Jetzt wird er mir wieder nicht angezeigt. Verflixtes Zeug nochmal. Jetzt gehen wir hier nochmal. Hier wird der Ron hat mir angezeigt. Also der muss dem einen Hauptgang sein. Jetzt gehen wir mal hier. Ja, das sieht schon besser aus. Der könnte hier über uns liegen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal hier lang. Hier ist noch eine Tür zu. Oder war ich... Ach, die habe ich auch noch nicht geöffnet. Aber das müssen wir mal... Warte mal, von hier aus ging es glaube ich nicht. Das war ja hier oben das... Ja, genau. Das Lager. Aber da unten müssen wir mal rein. Ah, wartet. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann machen wir uns die Türen da mal auf. Die ist von der anderen Seite zu. Na, hier wird mir der Skepp angezeigt. Hier sind wir wieder weg vom Skepp. Ei, was ein verflickster Kram hier. Auf der Suche nach so einem blöden Skepp. Die ist noch zu. Was ist denn das? Ach, das ist da. Ah. Okay, meinetwegen. Jetzt machen wir das mal kurz so. Entweder über mir oder unter mir. Ich glaube, über mir müsste... Der könnte oben drauf liegen. Gehe ich stark davon aus. So, machen wir das jetzt mal so. Wo ist mein Marker? Wo ist denn jetzt mein Marker? Ist der Skepp doch unten? Hier wird er angezeigt. Hier wird er stärker. Hier ist er jetzt ganz stark. Nach oben ist er nett. Also muss er hier in der Röhre. Ei, das kann doch gar nicht wahr sein. Da unten wird er nicht liegen. Der wird auch nicht hier in der Röhre drin sein. Dann hätten wir ihn ja schon längst gefunden. Och, nö. Ja, dann... Lassen wir den Skepp-Skepp sein. Jetzt laufen wir erst hier nochmal alles ab. Gucken, dass wir hier alles eingesammelt haben. Alles platt haben. Bären nehmen wir auch nochmal ein bisschen mit. Weil die brauchen wir ja. Für so das ein oder andere, was wir vielleicht noch herstellen. Ansonsten sieht es dann hier soweit gut aus. Ja. Mich auch. Stimmt, hier ist ja jetzt auch eine grüne Stinkwanze unterwegs. Und eine normale Stinkwanze. Also hier stinkt es überall jetzt. Aber hier ist auch kein Zahnweitenbreit. Die haben wir noch hier. Ei, du. Geh da hin, zurück, wo du herkommst. Den nimm mal mit. Ja, aber wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, da oben drauf zu bauen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Immer was ganz anderes. Oh gut, dann werden wir mit der Hecke durch. Das heißt, shit, wieder keine Pusteblume. Jumpen wir mal schnell hier durch. Oh, hier wird ein Zahn angezeigt. Ist nur die Frage so. Und Spinnchen immer schön einsammeln, weil mir den Spinnenbrocken, das ist optimal zum Reparaturkleber herzustellen. Na, die sind noch bei einem Schlag. So, dann gehen wir erst mal schnell zum Börgel. Einmal zum Börgel. Da wird gebörgelt. Was haben wir denn so Interessantes? Nichts. Okay. Also, wir haben nichts Interessantes gefunden. Alles nur Schrott. Hätte ja mal was Interessantes sein können. Hier, den Zahn müssen wir auch noch suchen. Börgel. Hello there. How can I help you? I knew I could. Here we go. Jo, jetzt gibt's erst noch mal hier. Bitte schön. Ganz wichtig, der braucht so seine täglichen Schläge. Der steht da drauf. Der mag das, der Kern. Der freut sich jedes Mal, wenn ich komme und ihm eine drüber haue. Äh, Sturzimmunität und Durstrate. Ja, mir macht es noch nett klein. Wir nehmen es einfach noch mal mit. So, ansonsten. Zack, hier haben wir ja nichts Neues durch den Chip. Wir haben aber einen neuen äh, der rote Krieger meister. Okay. Und ein Zahn. Gehen wir auf Heimung. Ansonsten sieht das doch schon ganz gut aus. Wohl die einen der letzten beiden Bla, 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 Chips. Das heißt, Nebellabor und Assistant Manager. Haben wir noch was zu tun. So, ihr seht, es geht eigentlich recht schnell voran. Das heißt, wir könnten auch ziemlich schnell in die nächste Dimension switchen. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Weil, alles was wir jetzt hier nicht vorbereiten, die Waffen nicht hochleveln oder, oder, oder könnte uns zum Verhängnis werden, dann in den nächsten Dimensionen. Deswegen ist wichtig, hier jetzt alles farmen, was man farmen kann. Und auch gucken, dass wir dann die Waffen und alles auf die Stufe 15 so langsam hochkriegen. Ja, nicht ganz 15, aber zumindest einen großen Teil könnte man schaffen. Aber selbst die muss noch zwei Stufen hoch. Mindestens zwei, weil die brauchen wir für einen Assistant Manager. Wobei, mit der Axt könnte man den eigentlich auch ganz gut klein kriegen. Sollte funktionieren. So, dann da noch hin, zack. So, das sieht schon mal gut aus. Dann reparieren wir noch mal kurz unsere Axt. Richtig, wichtig. Und hauen noch mal neuen Reparaturkleber durch. Was haben wir gesagt? Spinnenbrocken. Spinnchen kriegt man ja immer mehr wie genug. Na, sieht das doch schon mal ganz gut aus. Das heißt, noch mal schlafe gehen. Den könnten wir uns eigentlich mal klein machen. Das ist ein nice to have, aber brauchen wir nicht. Also im Moment nicht. In der neuen Base auf jeden Fall. Das heißt, wir werden hier so nach und nach Sachen, die wir nicht brauchen. Wie jetzt zum Beispiel den hier. Das kann auch weg. Ja, das sind Dinge, die brauchen wir überhaupt nicht. Dann werden wir nach und nach dann das Zeug umziehen. Und wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich wäre dafür... Wir müssen hier weg wegen den Wespen. Also noch gibt es keine. Aber ich wäre dafür, da oben drauf zu bauen. Wäre so mein Gedankengang. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Na gut, dann würde ich sagen, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Ich denke, wegen den letzten zwei Minuten macht es keinen Sinn, jetzt noch irgendwas hier anzufangen. Und dann mal schauen. Ja, rein theoretisch könnten wir so in Richtung Nebellabor. Dann wäre das auch erledigt. Und dann fangen wir an zu bauen. So, dass wir erstmal einen großen Rundumschlag machen. Um die eine oder andere Sache noch aufzukriegen. Oder freizuschaufeln, sage ich mal. Und dann... ...hab ich wahrscheinlich von euch die Kommentare gelesen. Und weiß eure Meinung zu dem Bauplatz. Und dann gucken wir mal. Gut. Also, wie sagen Sie mal uns morgen im nächsten Video. Also, bis denn. Und tschüss.